Zwischenruf. Heute hatten wir eine interessante Debatte zum Thema Islam im Bundestag. Kollege Nouripour von den Grünen hatte eine Zwischenfrage. Sehen Sie selbst. Es war die ganze Zeit die Rede von der Scharia. Es sind ganz viele Arten von Scharia unterwegs. Unser Job hier ist, dafür zu sorgen, dass die Teile, die mit dem Grundgesetz vereinbar sind, auch angewendet werden können. Das sehe ich ganz anders. Es ist in keinster Weise Aufgabe des Bundestages, dafür zu sorgen, dass Teile einer parallelen Rechtsstruktur in Deutschland etabliert werden. Ganz im Gegenteil. Es ist Auftrag des Bundestages, dafür zu sorgen, dass in 100 Prozent, also komplett flächendeckend, in Deutschland ausschließlich das Grundgesetz und seine abfolgenden Rechte und Gesetze zur Anwendung kommen. Hier gelten ausschließlich unsere Gesetze und sonst gar nichts.